Willkommen zu unserem Vlog, zu unserem Philosopherschlussprojekt Zerstörung des Glücks. Wir haben schon mal einen Versuch gehabt, also wir sind zusammen in Luzern gegangen mit einem Fragebogen, den wir schon erstellt haben. Und haben eigentlich Leute befragen, was sie halten, also haben ihnen eine Frage gestellt und treffen Zerstörung des Glücks. Und das Resultat war nicht zu gewünschtig, weil das Wetter eigentlich nicht wirklich gut war. Und dementsprechend sind dann die Leute nicht allzu gut drauf gewesen und haben eigentlich diese Fragen nicht beantworten. Und jetzt haben wir uns entschlossen, den Fragebogen, den wir gemacht haben, zu erneuern, damit man eine präzisere Antwort und Auswertung machen könnte. Und wir haben uns überlegt, Leute aus dem Gymnasium zu befragen, also nicht nur in einer Stadt zu befragen, sondern auch bei unserem Gymnasium. Und wir gehen jetzt auch am Wochenende auf Luzern, um nochmal mit unserem neuen Fragebogen unsere Analyse zu machen. Und dann können wir die Resultate von den Leuten auswerten und dann eine These aufstellen. Und dann können wir dann auch alle Antworten zusammenschneiden und dann das Endprodukt machen beim Film. Also grundsätzlich haben wir jetzt schon ein paar Schwierigkeiten gehabt bis jetzt. Beziehungsweise haben wir unser Projekt nicht so entwickelt, wie wir gewünscht hatten. Aber ich denke, dass wir jetzt mit dem neuen Fragebogen sicher auf einem besseren Weg sind als vorher. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.